Warte, wo bist du? Schieß mal, schieß mal, schieß mal. Das geht auch hier, Luca. Oha. Oh nein. Yeah. Das ist ja geil. Genau. Ich geh lieber. Was kann man hier noch kaputt schießen? Aufpassen, ein Parry ist hinter uns. Schau, wir haben mega Parallel hier, ey. Was ist denn da drin? Ich fahre ja noch keine Runde Traitor. Ach, das durche ich nicht. Alter, okay. Ich bin nur vorbei. Hi. Ah, Desu. Bist du Traitor? Was für ein Traitor-Menü? Nein. Na, nein. Nein, ich hab gerade geguckt, ob man da hochspringen kann. Ja, ja, klar. Aber die Map ist mega aus. Ja, aber die Team ist groß. Ne, es geht eigentlich. Ich glaube, Desu ist es. Was war das eben gerade? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen leiser, aber ich weiß nicht, wofür der gut ist. Das ist das Mucca etwa. Das Schild ist doch kacke. Hier, hier piepen Sie hier. Nein, ich hab's nur unten geworfen. Aber mach, ihr da! Wo denn? Hier, hier, hier. Die Schlüssearm ist. Wo, 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 ich bin? Wo, wo, wirst du? Ich will da anfrauen. Der Rote! Der Rote! Oh, du hast zehn Sekunden weg hier. Hab es. Ich hab's genommen. Ich hab's entschärft. Wer war's denn? Wer war da? Wer war da? Wer war da? Ich glaube, Perry war da, als es ist. Nein, 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 nein. Wer war da? 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 Ich will ja der Einzige nicht oben. Ich war noch gar nicht. Ich glaube, Perry, warst du das echt? Nein! Perry, sei ehrlich. Ich war das nicht. Oh, ne Scheiße, ich war das nicht. Was ist das hier? Ich glaube, wenn ich gar nicht ruhig bin, sind es die. Desu und Luca. Hier ist Perry. Der Perry ist... Ich hab die Bombe. Aha, Perry, auf einmal kommst du zur Bombe. Aua! Desu! Loll, Luca, hab ich immer die Scheiße zerschossen. Hä, wo sind da noch Fenster? Wie viele Fenster gibt es denn hier? Überall. Ah. Hier gibt es wohl die Geheimdinge. Und Kohleautomaten. Leute, mir hat der geschossen. Ich glaube, die wird jetzt schwer. Luca! Ich habe Kohleautomaten geschossen, weil er mir nichts zu tun hat. Aber, aber wie hast du das aufgemacht? Oh, neul. Das hast du vom exkludiert. Alter, ich schrieb irgendwie an der Decke. Wie hast du das aufgemacht? Ich komme nicht mehr an der Decke. Ja, die Tür. Ja, mit E natürlich. Ja, nein, ich bin gerade geschossen. Ja, aber die war doch zu. Wo ist Perry? Ja, deswegen habe ich sie damit eh aufgemacht. Wo ist Perry? Weiß nicht. Ey, wie auffällig der Till ist. Wo ist Perry? Weiß ich nicht. Aber am geilsten ist der D so. Ich habe keine Munition. Nein. Komm, wir gucken mal, wir gucken mal alle D so zu. Komm, wir gucken D so zu. In Ego-Perspektive. Ach, hi. Wer lebt eigentlich mal? Wie sehen Sie wir noch mal in Ego? Ich lebe noch. Mit R. Ja 2 Trater und... Oh warte, warte, Desu fliegt gleich runter. Uh, Desu, Desu, der ist durch! Oh, oh wilder, ey, Jack! Hm, wo geh ich ihn heute hin? Ich schieb's dich? Ja, klar! Oh, Desu fällt nicht auf dein... weißt du, das ist ja kein Grund... ...hat ich gebessert... ...seins beide bestimmt noch. ach quatsch desu du bist das bestimmt ich glaub jetzt hat das gemerkt ja klar oh cool gekombiniert ja ich kann hier warten bei mir oh oh vollum fuck you oh das Messer kann man auch schmeißen übrigens ja ey da kann man das wieder aufnehmen wie geil ist das denn wo Hauptsache ich bin erstmal in dieses Weltall reingesprungen so richtig sehnlos tschuu ich seh nur die Scheibe oder so mein Film ja komm ich hätt noch lieb irgendwie ist straight up wir sind gar nicht mehr so leicht hast du mich gemessert ja Luca was komm mal hier ich hab grad smoke nach dir geworfen ups chill das ist chill das ist wieso ist es chill was geht ich hab ich hab einen Traitorpunkt für dich bekommen so ein Kaufpunkt oder bin ich Banane nö oder wird Zeit vielleicht ein anderer Traitor getötet warte Mokar ne ja ich glaube doch Till hatte im zeitgleich jemanden noch getötet glaube ich ne ne so und Nosekiller sind es ah schön dass ihr beide seid ja ja wer denn ey du das ist merkwürdig da stand auf jeden Fall gleich oben irgendwas in Blows und nach dem Motto du hast einen Detektivpunkt bekommen mit dieser One-Hit war verweist und nicht die rollen kann sondern die andere ich wollt die mal testen haha war super wie Till warum hast du mich angeschossen ich wollt an dir verweichen und der Kunde bis zu hoch gesprungen so ein Depp ey du hast sofort auf mich raufkratzt wie so ein Asse ja weil du mir Schaden gemacht hast ja Hi Luca Amar Fabi bleib mal stehen bleib mal stehen du wirst mich hassen für das was ich mache mal Perry ok das war der Reflex-Attack-Test Reflex-Attack Hi Apple Harry ist hier Luca und DSU ich fühle mich hier leicht nur DSU ja also ah Alter wer hat da geschossen äh ja Luca hat grad geschossen auf mich Till hat geschossen Till schmeiß die Waffe weg außer du hast auf mich geschossen schmeiß die Pistole weg ne 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 ich hab ne Autosniper das war ne andere Waffe ich hab keine mehr Muka geh von mir weg Till Fabi bleib bei dir er hat Luca geschossen eben gerade Till schmeiß die Waffe weg also Luca ist schonmal ne da hast du ihn identifiziert hä der ist nicht tot aber er hat auf mich geschossen geh dann such ihn geh ihn suchen geh ihn suchen desu komm aus dem Wasser nicht raus ja du schwirrst bei mir aber in der Luft kann vorgehen Fabi lass mich vor alter du schießt hier okay hab ich dumm gelaufen sorry hinter dir war doch einer ne ok dann ist der letzte Luca Luca ey Luca du gehst mir aber keine Rückendeckung wo ist denn los mit dir ich bin einfach nur mit dir ich will erstmal Leute töten Till und ich kommen einfach mal gerade von hinten an aber die Incentive die macht auch Damage wenn die explodiert ja Luca oh mein Gott oh nein 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 oh nein 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 Luca ging aber nicht ich muss weiter sein Luca ist fast gestorben aber verstehst du gerade oh der Luca ich hab Angst vor den Leitern ich hab Angst vor den Leitern warum bist du badly wounded warum bist du badly wounded Harry weil ich dich ganz neu lieb habe dich ich bin Luca ich bin Luca Alter hau ab Jesus mein Freund ist da schlager ich bin dafür dass D'SO und Perry einen Crowbar Battle ich bin dafür wurde ich verlieren du bist nicht böse der ist Max ich bin und den Chaoten Perry komm D'SO mach mit dietez Geh weg. Okay, jetzt hat jemand auf mich gesnippt vom Sniperturm. Ach, snap hier noch. WTF? WTF? Schieß mit der Golden Gun auf mich. Wer war das von euch? Johnny ist das am Sniperturm? Ich geh in meinen Sniperturm. Ich geh in meinen Sniperturm. Ja, ich wusste, dass du... Und, ist er Parry? Ich hab' ihn auch. Hm. Ich muss meine Sammlung erweitern. Wer lebt denn noch? Oh, nice Schuss. Freelieb glaub ich noch, der wollte nämlich So, ein Traitor ist down Luca, du hängst da so ziemlich komisch ab Tut das nicht im Rücken weh? Ja, ich bin ziemlich lässig drauf, ich kann das so, mach immer in meiner Freizeit Guck mal, wenn du hoch gehst, die Leiter wie du so um die Ecke guckst Echt geil Hallo Hauptsache keinem fällt der Luca auf, der da so Climbing macht Na ist also, er hängt da so mitten am Clou an Ich chill da ein bisschen ab, ich hängt nicht Oh, er hat ihn abgeschossen Hey Fabi, komm mal mit, ich zeig dir was Naja, du willst wieder irgendwas dummes zählen Nein, komm mal mit, komm mal mit hier hin Ja, warte, ich hol noch was mit Hey, die haben hier, ah ne, hier ist das was Geh weg, komm mit, ja komm mit, nicht hier, nicht hier Komm mit hier hin Kennst du, das Game ist hier Ich komm da jetzt nicht vorbei, ich vergesse es Ich hab gar keine Waffe hin Nein, schon, nein Nein, schon, nein Hast du gedacht, ne? Hab ich gesehen, Poln, ja Na, wer ist denn von euch? Irgendwer schießt doch Jungen Evertrade Nice Luka, du bist der andere, du Schwasti Wieso denn? Hab gesehen, wie du auf dich geschossen hast Ja, ich schieß immer hier mit Na, ich hab noch andere und snipe damit Warum schießt Till auf mich? Till ist, Till ist Detective, ich glaub ihm Nicht Oh Wär ich Traitor, wärst du schon getroffen Wow, Till, nein, wer war das? Luka, 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 Luka Luka war das immer noch Oh mein Gott, das ist ja doch wer Oh mein Gott, das ist ja doch wer Oh mein Gott, wie wir sind denn hier? Nein So Fabi, wo bist du denn? Fabi ist im Lüftungsschacht unten Luka, du bist es, wa? Ja, ich bin in den Ey, Till auf mich Hi 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 Wo ist Luka? Unten im Lüftungsschacht Luka, geh weg von mir Ach, da bist du noch Nice, Till Nice, Till hat eine Flammgranate geworfen Ähm Muka, hast du da grad einen Ancendary? Ja, ich hatte die in meiner Hand, ich wollte die loswerden Du kannst die auch mit Kuh abwenden Ich hab das nicht gebeindet Würdest du gerne wissen, Parry, wa? Ja, aber ich denke nicht Desu war im Traitor Shop, Desu war im Traitor Shop Hä, warum? Desu Hat wieder nicht geklappt, leider Wie Fabi ist da nicht bei der Discom getötet worden Ich glaub, Fabi geht nirgendwo warm Mit der Discom getötet, dass wir den Oh, nein Oh, ich hab nur noch Bleib mal schrappälen Hihihi Ah Bleibs aber Ja, der, der Crossbow Fabi hat nen Crossbow Wo ist er? Fabi KOS Hier liegt auch noch ne Leiche Hier liegt's Till, Till ist tot Hehehe Wer werft da los? No Skiller, no Skiller No Skiller Scheiße Ich bin safe Okay, du bist safe Dann kann's eigentlich nur noch Fabi sein Fabi oder Desu Fabi ist es Wo ist der? Ich nicht Ritterbaum von links Matze, ich helf dir Da muss der irgendwo sein Alter, du bist ein Asozialischer Fabi, der ist bei dir Der ist bei dir Der ist bei dir Der ist bei dir am Ausgang Ist tot Hehehe Jo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da Oder kommentiert das Video Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video Und unten den letzten TTT Part Haut raus!